Also Galos, heute 30 Meter gehalten, ist reingekommen. Was hast du dir dabei gedacht? Cool geblieben, oder? Ja, also natürlich bin ich zufrieden. 3-3, das ist 100%. Und heute spielen, ja, letzte, gut, aber letzte sieben Minuten schlecht spielen. Alle Leute Angst werfen und nichts so läuft. Okay, wie gestaltet sich das Zusammenspiel mit Gabor? Ihr habt auch während des Spiels viel miteinander geredet. Ja, natürlich, Gabor jetzt sehr gute Torhüter und jeden Spiel immer noch zusammen reden. Okay, wie soll es weitergehen in Leutershausen jetzt? Ja, Lauterhausen ist eine ganz andere Mannschaft, aber ich hoffe, gewonnen. Okay, gibt es bei den sieben Metern für dich noch irgendwie einen Trick? Psychisch? Nee, 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 das ist nur, meine Meinung, das ist nur die Liga. Okay, dann du einen halben Weg, danke. Danke.